Yo Leute, ich wollte euch nur kurz sagen, dass man jetzt von Rockstar nämlich was bekommt, und zwar die Diamond Casino & Resort. Vielen Dank, dass sie Geschenke für den ASH Diamond Hoodie, die Diamond Casino & Resort Wandkunst und 250 GTA-Dollar diese Woche erhalten. Und zwar schreiben sie hier, zusammen mit den ASH Diamond Hoodie und den Diamond Casino & Resort Wild Art, wie beide im Casino-Store erhältlich sind. Alle GTS-Geschenke werden bis zum 11. August geliefert. Also, loggt euch ein, holt euch das Geld und, ja, ich werde die Seite nochmal dann für euch verlinken, natürlich, und, ja, könnt ihr euch dann selber durchlesen hier, das hier. Deinem Casino & Resort, vielen Dank, dass sie, dass sie Geschenke für den Labrador, ja, hier war der, der Hoodie, das sieht man hier. Moment, das ist der Hoodie, also, ja, ganz okay, sag ich mal, und, hier kurz, das, kurz gucken, das Bild wahrscheinlich kriegen wir dann auch. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und, ja, spielen sie mit Donnerstag, das neue Auto, dann schauen wir, welches Auto es wird. Tschüss.